Moin Leute, binomische Formel ist immer so ein Ding, wo man denkt, ah, das muss ich auswendig können. Müsst ihr gar nicht. Könnt ihr ganz einfach wie immer ausmultiplizieren. Ich zeige euch, wie es geht. a minus b in Klammern zum Quadrat, zweite binomische Formel. a minus b in Klammern zum Quadrat ist dasselbe wie a minus b mal a minus b. Und jetzt einfach die beiden Klammern ausmultiplizieren. Also zuerst a mal a ist a Quadrat. Ich schreibe hier nochmal die Gleichzeichen hin. Dann a mal minus b ist minus ab. b dann zum zweiten Eintrag. Minus b mal a ist wieder minus ab. Und minus b mal minus b ist b zum Quadrat mit einem Plus, weil Minus und Minus ergibt Plus. So, a Quadrat lassen wir stehen. Minus ab, minus ab ist minus 2. ab und plus b Quadrat können wir wieder schreiben. Und schon habt ihr die binomische Formel nur durch ausmultiplizieren. Viel Spaß damit, jeder kann Mathe, wir wollen es beweisen.